An unserer Schule gibt es circa 80 Lehrkräfte, 820 Schülerinnen und Schüler und unsere Schule ist etwa 55 Jahre alt. An unserer Schule gefällt mir am meisten, dass man an der GES teilnehmen kann, dass es große Pausenhilfe gibt und dass man viel mit seinen Freunden unternehmen kann. An unserer Schule gefällt mir, dass wir viel mehr neue Freunde gefunden haben, dass die Lehrer sehr nett sind. Schüler sollten sich für das Hümmling-Gymnasium entscheiden, weil sie ein hervorragendes Sozialklima vorfinden werden, in das sie sich gut und einfach integrieren können, sodass sie zur Schulgemeinschaft gehören und dann inhaltlich hervorragend auf die Herausforderungen eines späteren Studiums oder Berufslebens vorbereitet werden. Durch den Förderbescheid des Digitalparks Schule konnten wir flächendeckendes WLAN und die Glasfaser anschaffen. Darüber hinaus haben wir iSurf bekommen, wir haben iPad-Koffer, wir haben iPad-Klassen eingerichtet und wir bieten für unsere Lehrkräfte schulinterne Lehrerfortbildungen an, um mit ihnen daran zu arbeiten, die Arbeit mit dem iPad besser zu erlernen und weiter zu fördern. Am Unterricht gefällt mir, dass wir mit iPads arbeiten können. Wir haben in meinem Jahrgang auch eigene iPads und das Arbeiten mit denen macht mir sehr viel Spaß. Ich bin Janine Fischer. Mein Name ist Lisa Jellinghaus und wir sind Beratungslehrkräfte am Himmling-Gymnasium. Falls ihr mal Sorgen oder Probleme haben solltet und euch Unterstützung wünscht, darüber reden möchtet, könnt ihr selbstverständlich jederzeit gerne zu einer von uns in die Sprechstunde kommen. Wir brauchen von dem, was wir so bieten, brauchen wir uns überhaupt nicht hinter irgendwelchen großen Stadtschulen zu verstecken. Im Gegenteil, wenn man mal so guckt, auch was wir an Zertifikaten haben, da kann manche große andere Stadtschule gar nicht mal mithalten, was wir alles so schon geschaffen haben und für tolle Sachen. Auch manchmal so bei Veranstaltungen, Theater oder so auf die Bühne bringen oder Musik denke ich auch. Das ist richtig toll. Die Schüler sollten sich für unsere Schule entscheiden, weil wir die Persönlichkeit jedes einzelnen Schüler im Mittelpunkt stehen haben. Alles, was wir hier tun, egal ob es der Unterricht ist, ob es außerunterrichtliche Aktivitäten sind, Wettbewerbe, AGs, Exkursionen, immer steht die Persönlichkeit jedes einzelnen Schülers im Mittelpunkt und die Weiterentwicklung, die Förderung jedes einzelnen. An meinen Schülern schätze ich, dass ich mich immer auf sie verlassen kann. Das zieht sich durch alle Jahrgänge und ich glaube, das macht auch gerade den Hümling hier aus. Am Unterricht gefällt mir vor allem die verschiedenen Lehrer. Jetzt in der Oberstufe hat man ja auch verschiedene Kurse, dass man mit viel mehr Leuten zusammenkommt. An den Schülern schätze ich besonders die Offenheit, die Ehrlichkeit und das respektvolle Umgehen miteinander. Ein Quest ist für mich etwas, was man mit der Klasse zusammen macht. Und dass man halt mehr Vertrauen in sich selbst hat und sich auch mit den anderen gut versteht. Der Kontakt zwischen Eltern und Schule ist ja sehr gut. Also wir arbeiten, finde ich, gut zusammen und ich finde das auch wichtig, dass das Dreiecksverhältnis Schüler, Eltern, Lehrer gut funktioniert, dass man sich da unterstützt und das ist ein gutes Miteinander. Fünf, zwei, eins! Also eigentlich gefällt mir hier alles. Vielen Dank.